Wie lange bleibst du denn bei uns? Ich bleibe drei Monate. Und woher kommst du? Aus Berlin. Und was machst du hier in München? Ich mache ein Praktikum in einem Verlag. Und was machst du da? Also ich schreibe und übersetze. Übersetzen? Ja, ich spreche Deutsch, Englisch und Spanisch. Cool, dann können wir ja zusammen Englisch lernen. Ja. Das ist bestimmt Mama. Hallo Mama. Ja, die ist da. Warte. Hier, für dich. Bea Kretschmer? Ja, hallo, guten Tag Frau Kretschmer. Hier ist Claudia Berg. Guten Tag Frau Berg. Haben Sie die Adresse gleich gefunden? Ja, kein Problem. Gut. Ich komme um sechs und dann besprechen wir alles. Ja. Also dann, bis heute Abend. Tschüss Frau Berg.